Hallo Leute, mal wieder. Eigentlich wollte ich gerade schlafen gehen, aber da habe ich gesehen, dass Fair mich dazu eingeladen hat, noch ein Video mit dem Hashtag EvieDreams2019 einzureichen. Und da habe ich mich spontan entschieden, das noch kurz zu machen. Ich habe eigentlich zwei grosse Wünsche für 2019. Der eine ist, dass Tesla erfolgreich ist und alle noch bestellten Probleme in den Griff bekommt, weil als Wegbereiter der Re-Mobilität haben sie es verdient, erfolgreich zu sein. Und ich denke, sie sind auch ein gutes Vorbild für die anderen Autohersteller. Und das Zweite, fast noch Wichtigere ist, dass ich mir wünsche, dass möglichst viele bezahlbare Elektroautos auf den Markt kommen 2019. Und zwar nicht nur in homopathischen Dosen, sondern halt für den Massenmarkt. Irgendwie befürchte ich, dass das 2019 noch nicht passieren wird, sondern frühestens 2020. Aber ja, wünschen darf man ja. Das war es eigentlich auch schon und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2019. Tschüss! Erstmal kurz vor 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 kurz